was geht ab fitness freunde heute wieder ein nächster booster test und wir testen heute den hier stellt nicht scharf man also jedenfalls wir testen den cannibal ferrox so jetzt hat er scharf gestellt so sieht das aus mit dem geschmack mango und wir wollen eigentlich gar gar nicht so viel booster nehmen aber wir machen das alles für euch damit ihr dann anhaltspunkt habt welchen könnt ihr euch schon recht nicht bei denen kann man sagen falls ihr euch den holen wollt dann macht es lieber jetzt link ist unten weil kann sein dass der vom markt genommen wird wieder unsere anderen beiden die wir getestet haben wurden ja schon vom markt genommen vielleicht also ich glaube ist nicht mehr erhältlich ich glaube es ist nicht mehr erhältlich bei dedicated hat man auch diskutiert und sogar bei nark den wir noch nicht getestet haben hat man uns im laden gesagt dass da auch spekuliert werden soll und insofern der hier ist jetzt noch noch zu haben aber ich sage euch warum der vom markt genommen werden könnte weil wir kennen uns nicht so sehr aus mit den inhaltsstoffen aber ich sage euch mal was hier drin ist ihr könnt es erstens kurz selber sehen nein kann man nicht weil die scheißkamera nicht fokussieren focus also wir haben für den pump vier milligramm pro scoop vier milligramm zitrulin malat kreatin ist eigentlich egal dann n-aztyl l-tyrosin das gute teil sehen für den focus bis jetzt das höchst dosierte koffein der höchst dosierte koffeinhaltige booster mit 450 milligramm krupp alles kraft wenn ich das zeichen werde ich nicht übernehmen hau ab er ist empfindlich im geben wir nur einen halben 450 milligramm nein hatte 400 also noch mal eine nummer drauf gesetzt ein halb für die kleinen wir haben dmba als 4 amino 2 methyl pentan citrate von dem stoff sterben und zwar sogar noch mehr als an dem stoff kann ich sterben bei den meisten 300 milligramm dmba davon sterbe junge du wirst es schon überleben dann sind hier paar stoffe von denen ich nichts kenne und letztendlich johimbine hcl auch wieder höher dosiert als bei den anderen beiden und auch noch als hcl so und ja jetzt nehmen wir mal halten wir mal ein halt mal die dinge hin jetzt machen wir wieder auf drogenbaron also ich habe vorher geschüttelt ich will den scheiß nicht nämlich riecher schon die übelkeit wieder raus also geschmack man so sicher das wirst du mir nicht antun also ich mache mir eins gut freuen wie viel zu ein drittel ein halben oder nein weniger okay das reicht der empfindliche kleine mann wenn ich nicht spüre dann das nächste mal einfach mehr kriegt nur einen halben so habt ihr den vergleich wenn ihr empfindlich seid dann könnt ihr auf seine beurteilung wenn ihr normal seid übertreibt es wenn ihr mit wenn ihr richtige männer seid könnt ihr dann auf mich und er zieht mich die ganze zeit mit mit diesen ganzen chemikalien wie der mich hier ich will das nicht die wollen das ist verrückt man ich habe ich habe gesagt ich habe mir den geholt und was kam sofort zuerst test immer test immer das wort sind wir test damit was passiert dann haben wir was zu lachen die ganze sind aus die pisse wie viel wasser willst du dich auf 400 erst mal geschmackstest ist mir eigentlich scheißegal der geschmack bei bei supplements außer bei da muss ja schon stimmen ja ist gut da kann man nicht sagen vergleich kann ich nicht ziehen zu den anderen ist dezent ist gut ja mango geschmack ganz okay aber natürlich ein bisschen chemisch ist ja klar und dann ohne die chemie wird wahrscheinlich nicht schmecken wir werden jetzt zum training gehen dort bisschen film und dann kommt ja das review macht euch wieder gefasst auf mein absturz namen training jo also wir machen diesmal ein anderes format wir lassen einfach das trainings video laufen und dann gehen wir unser review hier durch das voiceover ab und ich muss eine sache vorweg sagen vielleicht habt ihr es bemerkt also die die ganz genau hingeguckt haben müssten bemerkt haben dass ich die shaker verwechselt habe und deshalb hat dementsprechend der ja der empfindliche kanakke ein scoop bekommen und ich habe nur einen halben scoop bekommen dabei wollte ich gerade sagen dass ich mega enttäuscht bin von dem booster aber ich kann natürlich jetzt nicht die volle wirkung beurteilen da ich nur die halbe dosis genommen habe und was sagst du denn dazu wie fandst du ja ich habe ich habe nichts gecheckt ich habe gedacht dass ich die dosis von oscar bekommen habe wo ich einen halben scoop habe aber der penner hat mich ausgetrickst ich habe noch nicht mal darauf geachtet das war nicht mit absicht was ich zu mir genommen habe das heißt er hätte mir auch gift verabreichen können ich hätte es nicht gecheckt das ist einfach genommen alles was du in die hand gedrückt bekommst nimmst du und das geilste war wir sind gerade auf dem weg zum training ich fühle mich ganz normal ich denke so hä was ist los mit dem booster bei den anderen wir beziehen uns hier ab und zu auf dedicated und bei den anderen habe ich nach zehn minuten schon richtig heftig was gefühlt und bei denen gar nichts sagte ich hä irgendwas stimmt da nicht der hat doch eigentlich dieselben inhaltsstoffe wie die beiden anderen und der sagt neben mir so ich glaube ich sehe dämonen und ihr habt ja die verpackung gesehen von dem booster also so ein dämon drauf er sagt scheiße man neben mir sitzt ein dämon sagt der digga ich muss so lachen während des trainings sagst du sogar zu mir auch noch ich fühle nix ich fühle nix und dann fragst du mich und wie ist es bei dir und dann sagte ich so ja ich merke auf jeden fall schon dass es um mich herum warm ist und dass ich wieder dieses scheiß herz rasen aber wie es typisches für und ich habe nichts hier gefühlt ich dachte was läuft da denn schief wir werden euch hier immer unseren letzten satz zeigen ich habe mich voll schwer getan eigentlich und du bist voll abgegangen ich dann was der mit dir los sogar nur die halbe dosis und du gehst hat sich rausgestellt das war die ganze dosis also anscheinend kann man bei dir sagen dass der booster gut gut gewirkt hat oder ja also was meine leistung betrifft das sind die booster schon immer was was sehr sehr hilfreich ist aber ja die nebenwirkungen sind bei mir bekannt war heute auch nebenwirkung ja wie immer schwindel schwindel anfälle ich weiß nicht ob es ob es jedes mal wegen der autofahrt ist aber bei mir kommt immer übelkeit hoch und schwindeln also das ist total komisch nach dem buster auch nach einer dosis also nach einem nach einem scoop war die auch übel also mir ist nach dem training ist richtig schlecht geworden weil ich weiß nicht ob es damit zusammenhängt wie man sich beim während des trainings durch den booster verausgabt so bei mir war es wieder so gewesen dass ich alles gegeben habe beim training dass ich auch in jeder übung gesteigert habe ich in jeder übung gesteigert und dann halt auch nach dem training dann also bei dir war training also was ich bemerkt haben du bist richtig abgegangen aber dafür warst du danach auch richtig down also wenn ihr empfindlich seit so wie war liegt dann nicht ein scoop und wenn ihr so ein auf den wir dürfen nie vergessen leute ne wenn ihr ein booster nimmt in den 100 prozentig chemie zu euch das das ist für den körper das ist nicht gut nicht gut wir empfehlen grundsätzlich keine booster aber wir testen es trotzdem für euch also das ist das ist wirklich kein tipp für anfänger so weißt wisst ihr und deswegen sowas nur ratsam an leute zu empfehlen ich habe ich habe auch eben zweimal eingeblendet dass wir nichts gegessen haben wir haben bis 17 uhr nichts gegessen also wir waren nur im boost mit dem booster im magen und deswegen ging es dir auch wahrscheinlich so schlecht wenn man dann nicht also der buster dann ist wirklich damit rechnen der boost hat echt die volle kontrolle über euren scheiß körper und ihr müsst euch das so vorstellen dass das euer körper richtig auf hochtouren ist wenn ihr so ein booster zu euch nimmt also da müsst ihr schon so ein bisschen achtsam sein wenn ihre richtig wollte wollte ich vorhin sagen so einer auf denen immun seid dann solltet ihr schon ein scoop nehmen weil ich habe ich bin ich habe mich zwar auch gesteigert aber ich habe jetzt nicht den über krassen pump oder sowas gesehen wo die vielleicht war die ausdauer ein bisschen besser aber motivation hat gefehlt die hatte ich beim dedicated jetzt unnormale motivation nach einem scoop so ein richtig happy gefühl so einer auf denen ich weiß nicht was da drin ist aber nachdem war die motivation nicht so stark power ging und halt die ausdauer da darfst du auch raten warum die motivation ist so stark war weil ich deinen verdammten scheiß das ist echt legendär für die die es bemerkt haben echt gut ab ansonsten guckt euch noch mal den anfang an und deswegen ich wie gesagt ich kann es nicht richtig beurteilen nur halbe dosis also ich werde den im verlauf meiner nächsten videos noch weiter für euch testen und deshalb für die 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 volle dosierung getestet haben sehen wollen die können auch mal in meinen weiteren videos wieder einschalten und ja das war's von mir liebe leute ich habe auch noch so eine frage an euch also wie ihr sehen können seht ihr mich ja öfters im t-shirt ne ich würde gerne mal ein bisschen so vergleich so wie würdet ihr sagen würdet ihr sagen ralfs körper oder würdet ihr sagen eher mein körper wie kommst du wie kommst du jetzt auf rallye ja weil er ja auch oft massen macht oder keine ahnung was er jetzt auf auf was er momentan ist ralf mach mal massen aber du machst ja nicht machst du machst ja ich mache ich mache ich bin jetzt noch momentan in meiner defi also ich muss ich nehme echt gesund ab und darüber bin ich auch du nimmst langsam ab verlierst keine kraft manchmal baust du sogar noch kraft auf genau deswegen also das würde gerne von der von wie er mich so sieht würde ich gerne wissen von der physik her auch ich könnte mich ja leider nicht oberkörper frei sehen aber trotzdem hoffe ich dass ihr mir so eine kleine info geben könnt was er so beurteilt wie ihr ja wie er mich so findet ja also ich kann dir sagen so als tipp und meine beurteilung je dünner dein bauch wird und du hast ja schon drei kilo verloren und deine arme bleiben ja größtenteils gleich weil du deine kraft hältst desto heftiger ist der kontrast und desto heftiger sehen die arme aus das war auch bei meiner defi so wo alle dachten meine arme sind sind breiter als mein rumpf geworden und da ist er schon durch den vergleich einfach arm zu bauch wenn der jede je heftiger der wird desto heftiger sehen eure arme aus also defi ist echt meistens von vorteil und da kommen sogar sogar manchmal die die vorwürfe ein auf den bohle nur weil man runter definiert so habe ich jetzt die erfahrung gemacht ja das war es oder ja war es von meiner seite aus alles klar so könnt ihr ausprobieren wie gesagt booster findet ihr unten wir wissen nicht wie lange der vorhanden ist und ich teste noch mal die richtige wirkung für euch in den weiteren videos und ansonsten falls ihr bock habt auf games so dann verlinke ich war die channel noch mal auf dem bildschirm da könnt ihr uns auch sehen wie wir gta zocken fifa vor allem und die ganzen neuesten spiele jetzt momentan aber eher ein bisschen weniger da wir uns ziemlich auf fitness konzentrieren fitness forever digga alles klar hier übrigens neue übungen ausprobiert eigentlich macht man von beiden seiten kabel zu ein bisschen improvisiert richtig weil kabel zu voll war mich hier improvisiert und es war unnormal also richtig geil könnt ihr auch sehen pump streifen alles da also ja booster war an sich auch gut aber aber nicht der beste alles klar wir sehen uns dann im nächsten video peace